Ah! Wow! 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 Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Sky Survival. Ich wollte schon Hextown sagen. Hextown! Mit dem da, aua! Hallo! Hallo! Warum ich nicht? Ja, in der letzten Folge haben wir hier unser Pornofeld angebaut, was natürlich jetzt noch nicht weitergewachsen ist, weil wir gerade eben erst aufgehört haben aufzunehmen und jetzt wieder die Aufnahme direkt gestartet haben. Weil wir so mit Begrüßung und halt mit Beendung des Videos ist immer schöner, finde ich, persönlich. Ja, siehst du, wie wir damals gemacht haben, immer so drei Stunden Aufnahmen. Ja, und dann einfach den ganzen Scheiß. Und jetzt so diese alte eine Taste immer ganz schnell drücken und dann war es das. Weil den ganzen Scheiß immer zu cutten, so ist auch manchmal also ziemlich anstrengend, weil man halt immer nie weiß, so. Das ist halt das Problem, wenn man so lange immer am Stück aufnimmt. Und man weiß, man weiß immer nie, weil man cuttet einfach dann manchmal nach 15 Minuten den Leuten einfach das Wort weg. So. Ja, und außerdem manchmal, wenn man so eine Zwei-Stunden-Aufnahme oder so hat, dann weiß man manchmal nicht mehr genauer, habe ich das jetzt schon abgespeichert oder nicht? Oder ist das jetzt schon die nächste Folge oder war das die letzte noch? Keine Ahnung, vergessen. Genau, da wird man auch beim Schnippeln behindert, weil dann denkst du dir einfach so, so, das hast du jetzt ja eigentlich schon gerade eben gemacht, oder? Ja, und dann macht man es vorsichtshalber nochmal und dann auf einmal zweimal die gleiche Folge. Mhm, und dann wundert man sich, hä, wieso hast du eine Folge mehr als ich? Was? Hä? Das haben wir schon richtig oft hingekriegt, diesen Scheiß, ne? Ja, damals, als wenn man das so richtig lange durch die Augen genommen hat, Alter. Ja, also es war richtig behindert. Und, ja, lasst euch das gesagt sein, so ist viel chilliger, selbst wenn ihr mit, äh, äh, ja, wenn ihr halt, ja, keine Ahnung, ist halt immer manchmal besser, wenn man so immer die Folgen begrüßt und beendet. Naja, gut, dann, ähm, was machen wir denn jetzt mal, so intellektuelles? Ähm, hier sind noch Kartoffeln fertig. Jetzt sind noch, äh, hast du alle Kartoffeln angepflanzt? Ja. Oder sind da alle Felder voll? Ja. Mit Karotte und Kartoffeln, ich hau die Kartoffeln jetzt mal in den Ofen, die da noch sind. Und ich hab auch noch sechs, und ich hab auch noch drei Brote, bitteschön. Wohl, haben wir hier nicht noch irgendwo Brot? Nein, haben wir nicht, warte mal. Wir müssten eigentlich auch mal unsere Kisten sortieren, hat aber eh keiner Bock zu. Gut, also mal ganz einfach, so ganz stumpf mal vorne raus gesagt, man könnte es mal machen, keiner hat Bock dazu, also macht man es auch nicht. So, warte mal, dann lass uns mal gucken. Ähm, warte mal, da hinten, ich kann mich doch ganz genau an dieses Scheißhaus da erinnern, Alter. Da hinten war aber nur das Haus, oder? Oder wollen wir da hinten jetzt... Auf der Lava-Insel waren wir auch noch nicht. Nee. Hm, gehen wir jetzt da zu dieser Lava-Insel hin? Ja, ey, guck mal, da hinten sind noch ganz viele Cubes, ey, wir müssen... Hier ist alles dunkel. Die sieht irgendwie voll gruselig aus. Ey, guck mal, da hinten sind auch noch welche. Wenn du von hier guckst, da oben sind auch noch so ganz viele Inseln und so. Alter. Die hab ich davor nie gesehen. Ich glaub, ich wette, also ich schätze mal, dieses Projekt wird nicht länger als 100 Folgen gehen oder so. Denk ich mal. Bei welcher Folge sind wir jetzt eigentlich so weit? Sind wir noch gar nicht. Wir sind erst bei irgendwas mit... Leute, hier sind ja noch Sachen drin in dieser Kiste. Da. Die haben wir einfach mal da drin gelassen, weil wir diese Insel... Danke. ...nicht mehr... ...nicht mehr haben wollten. Kannst dich da noch dran erinnern? Wir hingen hier einfach so... Wir waren so upge-waget. Und da unten. Erst ich upge-waget, dann bist du noch upge-waget. Und da unten, das Haus. Das Haus, guck mal da, wo wir den Enchanting-Table geschrotet haben. ...und uns einen neuen holen mussten. Boah. Ja, als ich vergessen hab, dass wir Timber drauf hatten. Ja, stimmt. Du hast einfach das ganze Haus kaputt. Ich will einen Block abbauen und auf einmal ist das ganze Haus weg. Ich krieg vorhin den Lachen. Ich will jetzt über was rüberspringen. Direkt über meinen Kopf ist so ein Block. Das hab ich da vorhin nicht gesehen. Ja, runtergefallen alle Sachen weg. Das war... Wie oft wir schon runtergefallen sind. Einfach alle Sachen weg waren. Das ist so... So mal zusammengezählt. So ist das so viel. Hast du die neue Ränder eigentlich schon reingemacht? Was für eine neue? Also die Hülle wieder reingemacht? Nee, nee, nee. Hab ich vergessen. Hätte man machen können, hab ich aber verpeilt. Warte mal. Und wo waren wir jetzt noch nicht? Wollen wir weiter nach hier gehen? Weiter nach da hinten gehen? Aber da hinten war, glaube ich, nichts mehr, oder? Wobei doch, da oben. Guck mal, da ist auch noch so eine Wolke. Auf der Wolke war letztens eigentlich... Ich glaub, da war nichts Gutes. Warte mal. Wir gucken mal einmal. Also hier waren wir ja die letzten paar Parts. Immer in dieser einen scheißkacken Wichshöhle da. Die wir jetzt endlich gereinigt haben. Ja, an die sich alle erinnern können. Ich schlieg's gerade so und ich renne durch dich durch. Achso, ja, ich hab außersehen geklickt. Außersehen geklickt. Meine Maus hat außersehen geklickt. Meine Maus hat so ein Fail. Die muss ich drücken. Ach nee, guck mal, da wollten wir doch hin. Zu welcher? Hä? Was? Wo bist du? Ach, du bist nach unten gegangen. Ach hier, okay. Ja. Wohin wollten wir? Zu der da hinten. Warte mal. Die Runde da. Mit dem paar Bäumen. Da sind auch noch hübsche Häuser. Also noch mehr zum Sprengen. Okay, ich würd sagen, wir nun jetzt... Uiuiuiui. Ich hab's gehört. Screeper. Screeper. So, kommst du mal... Hast du Materialien dabei? Ich hab 53 Erde und jetzt 3 Cobblestone in den Küper. Ich schätze mal, das reicht nicht. Ich hol noch mal eben ein bisschen mehr und dann geht's auf, auf. Ich mach mir noch eine neue Spitzer. Brauchst du auch schon eine neue? Nö. Meine ist fast kaputt. Meine, äh, da fehlt nicht viel. Ja, aber es stimmt. Ich hab auch... Ich hab auch die ganze Zeit, ähm, Eisen und so'n Scheiß abgebaut. Damit... Ja, ich nicht. Ja. Dann geht's mal direkt weiter. Oh, erst mal hinrennen da. Ich hab Angst, dass dieser Creeper runterkommt, ey. Ich kann mich immer nie entscheiden, wie laut ich die Musik im Hintergrund hab, ey. Manchmal ist sie dann... Hört man die dann im Video gar nicht mehr oder hört man sie doch noch, dann wieder doch nicht und boah. So. Eins, zwei, drei, Justin. Ja. So, ich hab grad gedacht, du wärst irgendwie weg. Klar, ich geh auf einmal weg. Naja, also... Ohne irgendwas zu sagen, ne? Nein, ich hab gedacht, dein Internet oder so. Das kann ja alles sein, man weiß es ja nicht. Ja, ich geh da oben aber einfach so weg, ohne was zu sagen. Tschüss. So. So, was? Das ist ein Slime. Ey, das haustet aber voll cool aus, aber das Dach ist demoliert mal wieder. Diesmal war ich das aber nicht, ja. So, ich hab jetzt auf jeden Fall einen Stack Erde und einen Stack, ähm, Pflastersteine mitgenommen und jetzt, äh, bewege ich mich zu dir rüber in deine Pornobutze, die ich nur nicht gesehen habe. So. Ich springe hier jetzt runter. Wäre gerade fast runtergefallen. Jetzt komm ich zum Evil Schaf, was mich schon wieder fisten wollte. Und zur Evil Kuh. Da ist ein Slime und ich hab keinen Optifine. Da ist ein Slime und ich hab keinen Optifine. Das hat sich fast gereimt. Und deswegen bin ich so gut. Wow, 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 scheiß Skelett, geh dich erhängen. Nein, Skelette, bleibst da. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich nichts dran rütteln, ob du hier bist oder nicht. Zu welcher laufen wir denn gerade? Der da. Achso. Gut, dann müssen wir einfach erst mal noch ein bisschen weiter gerade bauen. Dann machen wir einfach jetzt mal ein bisschen umständlich, bummständlich. So. Bam, 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 bam. Weißt du was, Justin? Baum. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich bin die Elsa Essensstein aus Hessen. Und ich bin ganz doll sauer. Leute, ist da gerade ein Block runtergefallen? Wo, was? Das sah gerade aus? Ich glaube, das war ein Creeper. Ne, das war ein Slime. Das sah gerade aus, als wäre da so ein Erdblock einfach runtergerutscht. Ja, da springt der Nächste. Ja, stimmt. Das sah gerade so aus, aus dem Augenblick. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Ich weiß, als wäre da ein Dingsterwumms da rausgefallen. Scheiße, wie kommen wir da jetzt runter? Jetzt ein Erdblock. Wir springen. Und dann eine Treppe bauen. Von unten nach oben. Spring. Spinnst du? Ja, auf den Baum springen. Ey, du stirbst dabei nicht. Das ist nicht so hoch. Okay, warte. Erstmal vollfressen. Nein, Justin! Spinnst du? Ich hatte die Hälfte Herzen. Deswegen habe ich das ja nicht gemacht. Wo bist du? Ach so. Okay, man fällt da eh runter. Toll. Justin. Ganz tolle Idee. Boom, ich leb noch. Ich hab deine Sachen. Ich bin übrigens schon wieder bei dir. Da, toll. Dreiviertel wahrscheinlich da runtergefallen. Ja. Da liegen meine Spitzhacken. Was hast denn du? Das war nicht meine. Ich weiß, deinen hab ich an. Und wo ist meine Spitzhacke? Hier. Hier und die neue. Meine drei Spitzhacken? Ei, 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 ei. What the fuck? Ich bin fast tot. Wir haben gar keine Dingster-Wumster mitgenommen. Ja, nein. Ich hab's getötet. Lol. Wir haben vergessen, Dingster-Wumster mitzunehmen. Ein Schwert. Scheiße. Ich hab kein Schwert mitgenommen. Und ich bin fast tot. Voll die schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, Justin. Wir müssen jetzt erstmal eine Treppe da hochbauen. Mach das. Ich hab keine Materialien. Ich glaub, wir haben ein bisschen gelitten, oder? Lol. Creeper. Nein. Verpiss dich. Nein. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Junge. Hier ist noch Weizen. Boah, Alter, hab ich mich grad erschreckt. Nein. Nein, nein, nein. Verpiss dich. Nein. Schon wieder so ein überpowertes Skelett. Nein, zwei davon. Nein. Ihr schlägt mich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, noch ein dritter Zombie. Was? fast tot, fast tot, fast tot. Ah, ja, ja, ah, 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 oh, 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 oh,. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wow, wow, Creeper, Creeper, Creeper. Ja, 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 ich weiß nicht wo deine. Ja, haha, voll die man zerbarrt hier. Wow, shit. Weißt du, wo sind meine Sangen? Ich weiß die Sangen. Ich weiß die, da hinten sind die. Ich seh sie. Wow, 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 wow. Nein! Wow, tot. So warte, pass auf, ich, ich hole mir jetzt ganz schnell den Schmerz, 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 heißen als 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 wo es hier anziehen nein war mir denn hier haben wir keine sticks mehr dass sie nicht sterben nicht sterben nicht sterben ich bin vergiftet weil ich ich habe ein wert warte tp so scheiße gut okay ein schmerz was ist denn was geht denn hier ab da läuft jetzt auch noch eine hexe wow deswegen was ist denn hier für eine party warte lassen weil ich wo da liegt mein schwert nimmst ich bin tot wo ist das wert wo ist das wert wo die ersten richtig aus wo da 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 ich hab's gefunden wo die hexe die hexe die hast richtig aus die schweiß zu tränken des todes alter die scheißhexe die so danke nein wo ich glaube die hexen sollten eigentlich gar nicht zum spiel gehören glaube ich gab sie damals überhaupt ich glaube ich bin schon wieder da wo ich habe zwei eisen dabei hat okay ich habe den europäischen sticks sechs jahr hier und wo ist ein schwert ich brauche nur sticks wo kommst du her kommst du her kommst du her kommst du her kommst du tp dich tp ja okay gut nice ja ich bin doch schon lange da scheiße oh oh bei drei herzen warte tp man tp so ich habe jetzt erstmal ein stack holz mitgebracht hast du meinen kram eingesammelt nein erst mal direkt irgendwas anziehen so scheiß die wand an scheiß die wand an scheiß sie an los los ist los nein 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 wow 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 shit 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 schnell ins haus rein nein wow 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 tschüss so ok ich bin im haus ich nicht oh scheiß die wand an scheiß sie richtig hart an lol hier ist ach stimmt ich habe ja alle vor der tür stehen ja weil ich im haus bin fortschritt ein crafting table seit wann ist das ein fortschritt oh gott ich sterbe so ich habe übrigens ein zweites schwert gecraftet das ist gut hallo hör auf mich zu hauen bist du bescheuert hast du nichts essen nein töte mich wieso ich hole was zu essen achso wieso ich hole was zu essen achso das ist vielleicht jetzt nicht gewachsen alter ich brauche baum hier schnell haben wir nicht das stimmt das essen ist draußen scheiße das essen liegt gerade draußen das ist sehr schlechte idee meine fresse boah wie wie lang wie lang nehmen wir schon auf 13 minuten boah ey voll die wir können die folge jetzt nicht einfach beenden alter wieso nicht das waren karotten doch natürlich können wir die beenden wir können ja kurz einen cut machen und dann sagen ja wir sehen uns dann in der nächsten folge spannend weiter geht's spannend weiter geht's ja es geht spannend weiter hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge trollolololol cut oder nein quatsch aber ich würde sagen ähm ich denke mal wir beenden jetzt hast du jetzt noch ein schwert für mich äh nein ich dachte du hast zwei ja ne ich hab mir ein zweites gecraftet weil ich hatte eins das hattest du die ganze zeit und ein zweites hier ich hab aber noch ein lederharnisch du hast holz ich seh dich nicht ja holz hab ich ein stick brauche ich nur hier hier ist äh eisen drin achso gut okay dann würde ich sagen wir sehen uns dann gleich ähm in der nächsten folge wieder von sky survival äh bis gleich oder nein nein bis morgen oder bis wann auch immer bis zur nächsten folge ja bis zur nächsten folge tschüss tschau tschüss tschüss tschüss